Willkommen zurück zu einer Warnrunde! Cheers go! Mit... Coolen Leuten und Seidhain! What the fuck? Ich rass mein Shit, Alter! Shots, feiert! Seidhain, kauf du mal Armo, ich kauf das Skid! Ich, äh, gehe, äh... Ivy Ivy! Oh, kaffee! Seidhain, muss ich jetzt echt, äh, dich abstechen, damit ich Ivy gehen kann! Ich bin eigentlich zu zweit, weh auf deinem Färber! Komm, ich fahrt, Ivy! Ne, ich geh hier! Einer schon drauf! Einer dort! Jo! Einer und rechts haben wir! Jo, die sind alle am Zug! Äh, die sind... Zwei kommen Richtung Ivy! Zwei Leute direkt rechts bei Ivy! Nice! Hab sie! Links schon einer, glaube ich! Okay, ne, ne, wundern! Noch einer, Ivy! Letzter eine! Immer einer Diffusion, einer Zug! Diffusing! Alles bist du! Ivy, 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 Ivy! Nice, nice! Nice, job boys! Sehr, sehr schön! So will ich das sehen! Easy! Wenn du jetzt Ivy gehen willst, kannst du gehen! Ich war bloß erst der Runde, oder? Bisschen Flashbangen! Kommt man ganz geil drauf! Hast du die ne Technologie 9 irgendwo oder ne? Ich bin ja Ivy Main, von daher! Wo geht der anderen hin? Ich deck Top Dog! Hot Dog? Top Dog? Top Dog! Top Dog! Top Dog, wie auch immer man das nennt! Top Dog! Top Dog! Top Dog! B-O-P-D-O-G! Move it! Move it! Top Dog! Top Dog? Top Dog? Top Dog! Top Dog! Top Dog! Die sollten E-Ko haben! Äh... Das ist nicht passiert, oder? Top Dog! Zuck mal mit dem Zug... B! Oder? B! Willst Pop-Dock offen. Wir kommen von... Sind schon drauf? Plant plant plant. Wir kommen von Rampel. Muss man nade? Der ist tot. Rausen. Ich bin nicht mehr. Ich komme weiter. Connecter. Ich füße mal. Ich hab dich. Ja, vor dem Zug. Ja, dann haben wir da. Oh leu. Äh, defuse-miner. Alle da. Okay. Ist da irgendwo ne Pistil irgendwo? Kannst du ne Waffe sein? Oh, die liegt hier... Die liegt hier... M4 liegt ähm... Lange Rampe. Ich kann die nicht nehmen, weil die im Zug liegt. M4 liegt lange Rampe? Jesus Gott. An der Krieg. Oh, Dansen. Warum sagst du das nicht vorher? Ja, wir kaufen auch Waffen, oder? Ja, also M4 und sowas kaufen. Ne, das ist eh gut. Hey, Chantau. Ja. Bist du eigentlich nur so witzig, wenn er ins Team an ist, oder auch sonst? Ne, generell auch sonst. Ne, generell auch sonst. Ehhhhh. 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 Ist der eigentlich so ein Huren so, nur weil du deinen Streamern hast, oder? Denny, auch sonst. Ähhhhh. Ja, Leute, das ist übrigens der echte Saitan, ne? Wenn er den Stream nicht an hat. Überlegt euch nochmal gut, ob ihr wirklich so einen Streamer gucken wollt. Hahahaha. Hahahaha. Mit dem Augen, ne? Ne, langweilig. Ja, ehhhhh. Ivy ist gar niemand. Ich glaub, ich spiel für A, lass. Ehhhhh. Ehhhhh. Zwei Leute schon. Einer ist Poplar drauf. Ja, die Spinner A. Die Spinner A, definitiv. Zwei bei Ivy hier in der Ecke. Was? Also noch nicht Ivy durch. Weiter. Weiter denn. Vorne war ne Ivy dran. Hm. Hab einen. Hm, ich bin Connector abgemallt. Ivy durch. Einer, einer steht zwei. Grundlinie. Einer oben. Die Leiter hochgegangen. Ah, oben in dem Haus, da. In diesem. Letzter Grundlinie. Wo ist Grundlinie? Da rechts, ja? CT. Ja? Jaja, das ist Grundlinie. Und Ivy. Ivy, Ivy. Woja. Fuck, klapp, Alter. Ach, ich dich. Da busch ich, da busch ich rechts lang. Ja, deswegen. Sehr schön. Shot gemisst. Habt ihr genug Monis? Für oder ne? Könnte einen in die legen. Nehm ich. Ich komm, Fama. Tendemps. Nehm ich! Gibt's denn mehr, du Mütter? Oh, was war das denn, hä? Hast du jetzt aber kurz zusammengerissen wegen dem Stream, oder? Also den Peric, ne? Ich hab's. Das war nur Revanche für das, was er letztens gesagt hat, als ich ihn gehostet habe. Echt? Ja. Du hostest jetzt, Leute? Ja, ich host jetzt sogar, Leute. Hä? Was hab ich denn gesagt? Oh! Der kommt Ivy. Der hat meine Waffe. Alter, der hat zwei Ivy. War Ivy? Ja. Ja, der hat meine M4. Der kommt um die Ecke gesprungen mit der Schrotflinte und schießt mir den Kopf runter. Der M4 ist down. Hinter dir, hinter dir, hinter Ivy. Kommt. Ich bin in den Zügen. Wow. Ich geh, ich geh mal auf Ivy. Und Pop-Doc runter? Ivy einer. Ja. Hey, kurzer. Und wandert. Der war hinter mir halt, ne? What? WTF, Alter? Hast du gesehen, wie schnell der sich umgedreht hat? Scheiß, Alter. Ruhe! Sehr schön, Alter. Der ist wieder fest. Ich bin 27 Leben. Rechts von dir seid dann irgendwie zum Zügen da. Ja, meinst du? Nee, noch weiter. Noch weiter rein. Nein, noch weiter rein. Nee, noch weiter rein. Nee. Nee, der hat super wenig Leben, Lenzen. Nee, der hat 8. Ich hab noch 8 damage bekommen. Nee, 21, 20, 20. Der wurde von Shontower. Und ja, hat auch noch über 60. Hast du gesehen? die aussage ich habe war dann irgendwie so dass ich halb von hinten der hat nicht gesagt ich habe der hat gesagt er da kommt ich habe mir was zu trinken und was zu nascheln geholt bist du wie viel ich bezahlt habe was zum rauchen 18 euro deswegen holst du ja was zu rauchen ich habe ein b vorne gehen lang durch was hat wenn du kommst lang schießt schon da kommt einer ist runter der ist runter ja noch einer kommt runter ich guck mal ob von arbeit kommt ich bin das oben ist nichts oder letzte ich bräuchte hier kannst du meine farm als meine firmen die fast alter da wo ich dann ein vier nehmen typische dmg spieler alter wieso sollte ich denn die farmas wegwerfen packte dmg spieler das wäre doch eine money waste wenn wir die farmas nicht benutzen aber guckt auf connector habe ihn ich glaube da ist noch einer der die arbeit genommen hat bei oben bekommt einer noch haben ja ich komme von hinten warte kurz sein wir kommen haben wir jetzt noch einer noch einer noch ein selfcar ja die sind zwei drauf die pläne sicher dass er noch einer ist das ihn aber ich glaube weil hier ist keiner mehr ich bin durch einer steht zwischen dem plant also zug einer an der 3 an der 3 kein plan wo ich mich am besten hinstellt kommt auf die waffe drauf an und welche runde das ist das ist schwer zu sagen ganz einfach ist halt id lang oder b short das sind die easy aber was angeht das ist ein bisschen schwer. Wollt ihr mal ne Tegel haben? Seid ihr? Ne ne. Wenn Danzen wir ne P250 legen können oder so. Ja. Oh ne Undertow? Mhm. Vectorino. Dass es nicht ne Camel Tow ist. Die neuesten Mauch. Ivy kommt nix. Die stehen schon lang ruhig. What the fuck deckt keiner lang? Also Ich glaube die wissen das nicht. Ja wir bleiben schon. Bolo jetzt hier raus. Panik. Schade. Können wir eigentlich kaufen oder? Eigentlich müssen wir noch mal Econ. Wir können auch noch mal Econ. Können wir noch mal Econ. Können wir noch mal Econ. Ich würde lieber ne Aave gleich kaufen. Kann jetzt eine kaufen. Ja aber guck mal ich kann die halt nicht sägen. Sägen? Wer sagt jetzt dass du die Aave kriegst. Seit wann spielst du eigentlich Aave? Seid dann? Du spielst doch immer nur Riffles oder nicht? Kniffles? Äh. Kniffles. Er spielt immer nur Kniffles Junge. Alter. Ivy Underdown. Zwei Ivy noch. Arbe Arm. Arbe immer noch. Äh. Arm. Fuck. Wer ist das Ding? Main? Äh. Mid Hall. Mit äh. Super. Na gut. Der kam schon von hinten alter. Äh. Zwei bei Ivy. Ähm. Alles klar. Der wusste dass ich hier bin anscheinend. Ja das ist das erste was man checken würde. Wir sind da Danzen. Pass auf. Hörs. Dann können wir mich abwenden. Wir sind übel laut. Ihnen zum Bombenspot. Einer ist Poplar drinne. Komm. Ich hab dich gehört. Der war glaub ich an der Grundlinie oder? Jaja der kommt von hinten. Oder der ist oben? Ich glaub der ist oben. Ah shit. Liegt dich doch einfach oben rein. Schade. Der erste ging den Kopf oder? Ja. 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 Schade. 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 Ich hab angefangen bisschen Arbe zu üben. Achso. Weil es ein bisschen echt leichter ist. Das glaub ich. Wenn man Arbe spielen kann. Ich kann das leider gar nicht. Ich sollte mal meinen Trigger umstellen. Dass der Erde nicht der erste in den Kopf geht. Mhm. Fällt auf dann meinste? Fack. Fack. Direkt hinter den Zügen. Kommt vorgepusht. Zwei Alvi. Hat einer nicht mal. Einer hat 50. Zwei Alvi kommt vor. Alvi kommt vor. Haben 50 AP. Einer hat 50 AP. Okay. Wo ist denn deine AP down gegangen? Hm. Hinter den Zügen. Wenn du Ivy quasi geradeaus gehst. An Ivy vorbei. Da ist die. Ja. Ja. Unwahrscheinlich dass du die kriegst. Ja. Denk ich auch nicht. Sehr schön tanzen. Oh genau jetzt. Vielleicht krieg ich ihn auch. Nene du kommst nicht mehr Zeit. Richtig nicht hin. Okay schade. Ja. Sorry Mails aber ich mach diese Runde irgendwie gar nichts alter. Ich kann. Eko. Hier warte. Ne ne. Kann er einmal legen. Ja ich. Okay. Ich brauch'n drop. Ich brauch'n. Nichts. Ohne Charlie alter. Hier ich hab mit Charlie. Ja ich kann mit Charlie. Dann gibt's die Cruiser oder so. Hier. Kipp her. War nicht. Hä? Wir zopp'n jetzt. Fack. Out sneaked. Spielst du mal mit Charlie jetzt oder was? Ihr müsst äh versuchen B bis zum zu pushen. Bis wir auf A hoch gehen. Ja halt schon da. Ja ich hab' grad hier abgesmaugelt. Kann ich ihn hier einfach durchlochen. Was der auch für Engels piekt alter. Das ist übel komisch. Äh. Ivy einer down. Noch einer da. Einer noch Ivy. Bin ich blind da. Einer. Sorry ich hab ihn reingeguckt. Ich muss halt Death gehen. Bei Mid-Haul am Eingang. Ja. Sehr schön. Ich glaub da ist sogar noch einer. Der ist noch einer. Ivy. Der einer ist noch Ivy. Der bei Ivy wenn was kommt. Sehr gut. Ich bin so schlicht die jetzt vor. Aber von Grundlinie aus. Fuck. Den Popdog ist der da ne? Der hat Bomber. Popdog kommt raus. Okay. Was macht der? Keine Ahnung. Hab ich was da gesagt? Popdog. Schon schon. Mit Hall und Popdog. Popdog hab ich. Ich stehe oben in dem. Mit Hall. Mit Hall. Mit Hall. Na ja. Hier unten ne? Ne ne da. Da wohin guckst. Könnt aber auch B gehen. Der einer ist hinter dem grünen. Ist tot. Ist tot. Hast er hast er. Fuck fuck. Der kommt bei dem Orangen. Direkt am Spot. 10 Sekunden. Der muss planten. Ja komm doch. Hast du ihn gesehen? Lauf, 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 lauf. Der war da ne? Oh Leute. Nice. Den sind sehr schön. Genau rein. Geil alter. WTF. Sorry. Hinter dir? Da war die Bombe schon ne? Tag war eigentlich getrunken. Hä wo oben? Na. Das schaffst du gar nicht man. Scheiße. Ja ich hab noch Flashbacks vom letzten Mal. Als du bei B da über die Bombe wegkommst. Das ist so geil. Hat der Dance schonmal sowas gebracht oder was? Denkt über die Bombe drüber. Merkt, oh ich bin vorbeigelaufen. Geht zurück und schaffts deswegen nicht mehr. Das klingt doch nach so nem typischen Danzenmove alter. Einfach mal so nen übelsten coolen Move bringen. Oder das meiste war ja. Ich klicke halt weg an der Bombe. Duft mich hin. Will defusen. Bin aber zu weit weg von der Bombe. Und geh deswegen hoch. Ja. War nackig. Ja, war nackig. Ich push jetzt mal B durch direkt. Ne ne ne. Die könnten Ico haben. Nicht direkt. Aber wenn die halt auf A sich zeigen. Der B schneller ausschließen. Hm. Nice. Äh, Smok? Ja. Nice ne. Ivy. Äh. Ivy. 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 Der kommt einer mit Arca. Bombe ist auch Ivy. Bombe ist Ivy, ne? Die wissen, dass ich komme. Die haben jetzt richtig Schiss. Das war knapp. Du bitte Ivy. Habe ich. Äh, die smoken ab. Kann sein, dass Ivy was kommt. Einer noch hinter den Zügen. Hinterm grün. Ja. Geht wieder zurück durch den Mid-Hall. Bombe A. Bombe A. Ivy. Einer zu deiner Rechten, Chandra. Main-Hall, Main-Hall. Lol. Ivy. Gehen Ivy. Der hat 19 Leben. Gehen Ivy. Die aimen gerade von hinten. Gehen Ivy. Gehen Ivy. Jupp. Der Herr wird. Beide? Naja, beide sind Richtung Ivy gelaufen. Ich habe es abgesmoggt noch. Ich hätte da einfach durchballert sein. Ja, die könnten sie boosten. Der hat drüber geworfen. Über die Wand für Smok. Flash von Ivy. Mach def, mach def. Geh weg, geh weg da. Hab ihn. Noch einer. Da war noch einer. Ja, chill, 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 chill. Lass den einfach. Willst du mal einen coolen Klick sein? Seid ihr den mal. Seid dann, Achtung. Ja, cooler Klick. Cooler Klick. 15 Sekunden. Nicht der, nicht seid dann. Nicht der. Mach es nicht. Ich bereite mich ja nur vor, falls er kommt. Wenn ich die Airbag wird es versuchen. Der schiefft sich halt echt in die Hosen, Alter. Der schiefft sich halt echt in die Hosen, Alter. Ja gut, der hatte 19 Leben. Ja gut, seit er hat 40, ne? Aber das weiß er ja nicht. Na ja. Sein Mate könnte sie mir halt sagen. Wollte grad sagen, theoretisch. Willst du die Arme bleiben, bitte? Ja, ich würde die nehmen. Kann mir jemand eine Waffe droppen? Oder sonst spiel ich... Kann er empfehlen. Ja, ich würde die nehmen. Ja, das wäre cool. Danke. Hinter dir. Und dann nehmen wir auch eine, wenn... Da noch dann, wie weit über ist irgendwo. Ich habe leider keinen Gehalt mehr. Oh, der eine braucht nur einen Assist. Dann hat er 1337 Stats. Interessiert es nur, wenn er 007 hätte. Alter, hat das. Da ist einer. A kommt, gepusht. B steppt oben. Ja, da ist einer. Ach so, er kommt rum und gibt mir den One-Click. LOL. Ich gehe auf B. Da ist A offen. Alter! Oh, 20 Leben, der Bobblätter. AWP oben lang, B. Ich komme von hinten. Gefailed. Der ist hinten schon im CT-Raum jetzt. Mit AWP. WTF habe ich den... Hä? Bin ich blind? Na, das war mein Wett. Ich hatte den Easy-Tutten für den Tutten. Fuck, Mann, ey. Boah, ich habe manchmal echt gefühlt, mein Bildschirm ist zu groß, irgendwie. Ich sehe es nicht, ey. Alrighty, boys. Aber ein Cruiser. Bitte AWP, ne? Hallo von der russischen Seite. Nice win. Goblet wieder nach Ruhe. Was ist denn das? Ja, scheinbar ja. Das war schon so... Wollte kurz sagen. Das sah so aus, als hätte der dich übelst abgeähmt. Ja, klar. Ja, ist ja nicht schwer zu wissen. Also... Echt? Wo soll er sonst hingucken? Er weiß, dass er da sein könnte? Nein, der hackt. Der hackt. Deswegen... Was ist denn an? Wir forsen, ne? Alles. Wir forsen, ne? Ach, scheiße. Sorry, Mads. Ja, warte, ich... Hallo, Fromm, die Su... Ey, Zapgoon, grüß dich. Na, was geht, Mads? Hallo, Fromm, die Su... Warum gehst du nicht auf deinen Chat? Dann bist du abgehoben, ne? Ja. Ich geh auf euch ein, Mads. Da war keiner, warte. Einer, einer checkt oben. Könnte B werden. B down. Hab keinen Bock mehr, Alter. Einer steht... Zug hinten bei uns, Leute. Main Hall. Main Hall, Main Hall. Einer und einer schon raus. Es steht immer noch Main Hall. Mit der AWE. Ah, ist sehr schön. Sehr schön, Mann. Popdog noch. Ja, 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 ja. Spiel def. Spiel def. Ich glaub, 20 OP, Brudi. Super def. Ist halt schwierig wegzukommen, wenn der mich abämt. Geh hoch. Ich geh hoch. Ich glaub da war noch einer, äh, Danson. Auf dem blauen Zug liegt ne AWP, Chosa. Wär nicht schlecht, wenn du die saven kannst. Bleu. Ja, 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 ja. Ich glaub da war noch einer, äh, Danson. Ah. Ah. Was, dem musst du die Runde gewinnen. Ist der Smokeraum ist der? Du kannst die locker holen. Hast du einen Raum? Smokeraum. Smokeraum. Smokeraum, Alter. Der ist so smart, halt. Der ist der größte Zigarrenlaunch. Ja. WTF? Disjann, das war's mir absolut nicht. Warte warte. Also wirklich, du bewegst dich aber auch wie der übelste Bot. Okay. Ich hab zu laut gesteppt, ja. 1,1,10! Iko für letzte Runde. Dann lernst du es jetzt doch vegan. Ja, du bist ne T-Map. Oh, ne. Hey, das ist voll die T-Map. Ne, 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 das ist ZT. Ah, nein, die ist T. Wir rasieren die auf T weg. Oh, das können wir ja trotzdem erwarten. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kann ich hier irgendwie was reißen. Oh, Gott. Zack, boom. Du hast hier vielleicht unbedennt. Hab ihn. Der spielt nie wieder. Am besten nicht hinter dich. Da kommt einer, Vorsicht. Oh, ich bin Futter. Da sind drei, 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 drei. Da sind noch zwei, noch zwei. Ja. Die haben nur Awe. Was der abaimt. Das ist so strange. Ohne Scheiß, Alter. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, Alter. Noch nicht. Der kommt rechts in dem Gang. Nee, rechts in dem Gang. Links von dir. Genau da. Ohne Scheiß. 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 Beide Spieler. Ja, der Lust, der Lustiger war, den anderen hast du auch gesehen, ne Danson. Der war in der Main Hall. Echt? Ja, ja der hat man ganz kurz gesehen. Den hat man ganz kurz gesehen, und dann hast du dich umgedreht und dann war der andere auch da. Was hab ich Glück gehabt, dass die dich nicht gekillt haben ey. Ich bin halt ein guter Spieler. Ja. Outplayed, meinst du? Outplayed, ja. Wem? Alter. Meine Fresse. Die Steppen rüber? Ganz links schon einer durch, Alter ey, ohne Witz. Oh, wie er noch da? Oh, wie er mich so aggressiv, ey. Closer. Einer ist Closed Connector irgendwo. Minus 44 einer. Das A? Ja. Weh, meinst du? Ja. Echt? Ja. Ey, der läuft und gibt mir nen Schuss mit der Awe. Das ist doch lächerlich. Main Schuss. Mann, ey. Der war Main. So lächerlich, Alter. Wirklich. Boah. Da hast du dieses Timelock, ne? Neift der dich? Ne, ne. Da ging es keiner. Der könnte jetzt reingehen. Reingehaut. Hm, der hat nicht gemoven. Echt? Bist du sicher? Ja. Bei mir sah das so aus, dass er sich bewegt. Ne, ne. Der ist stehen geblieben. Ich hab dich geflickt einfach. Oh, ey. Oh, ey. Fits Batman, Alter. Wahrscheinlich einfach nicht erkannt, weil, naja, in der Aktion halt. Aber grundsätzlich kann der dich da locker flicken. Bist entscheidend ein guter Spieler. Aber der ist doch der erste von denen. Der spielt nicht schlecht. Lass B rush spielen. So wie gestern, ne? Das war geil. B rush oder was? Ja, B. Es gehen zwei lang, drei gehen short. Ich smoke für short. Lass mich mal vorgehen. Die denken wie gehen alt wie Sethgold. Ich geh lang, weil ich nur flash hab. Okay. Okay. Dann geh ich mit seitan, ich geh mit seitan short. Geh ich mit der Bombe short oder lang? Short. Und du gehst direkt rein. Achtung, umdreht. Hopplop. Go. Und direkt rein links hier, Seiner direkt. Komm zu. Seiner steht zwischen eine lange Rampe. Seiner ist oben auf. Die pushen dich. Oh, fuck man. Bei dem einen hab ich 80 gegeben, dem anderen 72. Äh, schade. Ich hab 127 und eins gekriegt. Komm, wir haben einen Plant bekommen. Wir haben einen Plant bekommen. Dann taucht sie auch in den Planten, Alter. Ich hab halt echt in 15 Runden einen einzigen Kill und eine ist jetzt weiter. Ich hab irgendwie wenig gemacht gerade. Das erinnert mich an Klerr, der vorhin in der Runde zwei Kills auf 18 Runden gemacht hat. Komm, wir machen das jetzt hier. Easy. Wollen wir einen rushen? Wir müssen mal abcampen. Camp einfach ab. Stellt euch einfach in Mid-Haul, Ivy, Pop-Doc oben sowas. Wir campen einfach und warten bis einer kommt. Pop-Doc. Wir können nicht zu dritt Ivy stehen. Unten wie abgesmockt. Wollen wir Türmchen bauen? Wieso geht das nicht? Einmal nicht. Einmal lieber da ab. Mitte ist schon nachher gepusht. Pusht auch 100% dahin an der Ivy. Wie er, ey. Wie er um die Ecke kommt, oder? Jan? Na, ich kassier aber die ganze Zeit schon so. Also, keine Ahnung. Sonderlich komisch finde ich das jetzt auch nicht mehr. Heilige. Weißt du, von BK push niemand? Ja, das war schon echt weird. Komm, wir probieren den BZ. Einmal mein. Oh, okay. Schöner Kopfschuss, Alter. Warte. Wo, wo, wo? Kommt da keiner. Alter, ich switch auf den Dancen, da pulverisiert der den da mit Burstfeuer weg, ey. Hm. Defused. Der defused. Schaffst du nicht mehr, oder? Oh, vielleicht. Schaffst du das noch Dancen? Ah, schade. War sehr gut für uns. Ey, die Füße, warum, warum die Füße da dancen? Durch den K. Ey, dieser, dieser Strawberry, ne? Der kam um die Ecke. Ey. Das sah echt komisch aus. Wir machen jetzt folgendes. Wir machen... Einer geht Popdog. Das mache ich. Einer geht Ivy. Ich gehe Ivy. Okay, dann kommen die anderen mit mir mit dann. Und wir, wir raschen da rein, ne? Like a Boss. Auch Ivy Rush. Popdog auch direkt runter. Und wir gehen da durch. Ivy Rush. Alrighty. Kommt hier noch. Durch. Einer Connector hit. Ich bin raus. Ich bin in den Stromkasten. Nur Connector weg. Ivy down. Sehr gut. Ich link für Ivy. Einer steht grunden. Das bist du. Ja, das bin ich. Da ist einer. Noch bei mir. Am C-Test-Bahn. Der ist Richtung Ivy gerannt. Pass auf, der kommt da grün. Ist schon durch, glaube ich. Boah, alter, ich sehe nix. Grundlinie. Sehr schön. Einer hat 19. Oder wen ich habe hier jedenfalls. Sehr schön. Na, letzter Slaum. Muss der Ivy sein, oder? Ja, der war Ivy. So auf der Seite, ne? Schön in die Ecke stellen. Sehr schön, Mats. Gute Runde. Lief genau so, wie es laufen sollte. Und jetzt spielen wir B. Ist doch die Tatsache, dass sie nicht über einen gehen. Ich hab zwei. Ne, einen hab ich nur gesehen. Aber der ist auch gestorben. Wir spielen B wie die Pistol Round, ne? Einfach schnell durch. Short durch da brechen. Also ne Smog legen durch. Ich gelang. Ich hab das raus. Dann lang quasi. Okay. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Okay. Ich hab's gemacht. Oder keiner Smog. Ich hab keine Ahnung, wie man da... Nen Cruiser stell ich mal Popdog. Und aim einfach ab. Popdog. Okay. Falls ich da durchkam. Na, gut. Na, nice. Plot Smog. Geht um jede Sekunde. Ah, das ist ein schlechter Smog. Soll. Von ich meine. Ah, hier ist niemand. Dann ist auch gerade keiner. Plante. Vielleicht checken wir ab. Hab einen. Der war City Spawn. Einer Mitte durch. Dann. Noch einen. Hab noch einen. Zwei Leute haben mich gepusht. Hab noch einen. Popdogl. Ja, kommen beide von hinten. Beide 35 hit. Müssten lang kommen eigentlich beide. Der eine wird die Waffe saven, denke ich. Der hat 35. Der letzte meister. Ne, den hab ich 35 gegeben. Ich muss hier weg, alter. Okay. Der eine wird die Waffe saven, denke ich. Er hat sich in den Toiletten gesteckt oder in die Dusche vorher. In die Duschen? Howdy fuck, ist aber mutig. Natürlich klar, dass der, der hochkommt, halt erstmal wieder direkt runterfällt von der Leiter. Von der Feld. Diese Runde ist absolut nicht gleich. Nervöse Cruiser. Weiter los. Wir spielen mal langsam. Mal alles up-aimen und einfach auf Contact spielen. Okay. Contact ist aber ein anderes Spiel. Nee. Also nicht peaken, sondern einfach warten bis einer pusht. Ohohohohoho. Da kommt einer durchgepusht wahrscheinlich. Ey mal links zu den Toiletten, äh zu den Garbages. Garbages, Alter. Das hat dich deine Mutter auch mal genannt. Wow. Dort hat dich deine Mutter im Boden geschaut. Ho, schiech, Alter. Kotzig. A wird steht irgendwie lang. Kotz auf Cruiser, ich geh Popdog. Komm mal her, komm mal her Cruiser. Lass mal für A auffahren. Lass mal für A auffahren. Lass mal für A auffahren. Ja, deswegen. Einer steht, äh, Popdog oder ein Connector. Wahrscheinlich Popdog. Ich geh Popdog durch jetzt. Lass mich smocken. Ich flasch dich, Ivy raus. Ich geh n' A drauf. Ich scoped irgendwer. Ich bin das, ich bin das. Äh, Connector, Anna. Die sind Grundlinie. Anna ist Connector. Ivy upaim, bitte. Ist der jetzt? Von hinten kommt, T-Base. Ich geh Popdog rein. Popdog, Anna. Man, nun bin ich scheiße, Alter. CT, 19 AP, Richtung, Richtung, der geht Richtung Mittelgang. Richtung Connector. Was da hinten, bei uns? Der letzte, ne? Der A, der CT. Der die beiden Spots verbindet da, dieser Connector. Weiß nicht, wie der heißt. War Connector, glaub ich, oder? Ich nehm die Arme, Jungs. Mann ist train einfach. Wir haben I-Kon, zusammenbleiben. Äh, wir spielen B. Wir werden jetzt zusammen. Jemand, äh, jeder nimmt sich einen an die Hand. Und dann geht man über die Straße. Hä? A-B-Spieler gehen hoch. Die anderen drei... Ich geh mit Parik unten durch. Na klar. Aber diesmal smoke nicht. Lass mich smokeen. Ich hab die ein bisschen kurz geschmissen. Äh, die war ne CT-Smog. Vorsicht, die kommt. Jo. Sie haben eine Waffe nicht. Lass wir A gehen. Lass wir A gehen. Geh zurück, geh zurück auf A. Wir gehen über Mitte, wir gehen über Mitte. Ey, mach noch kurz hinten ab. Wir müssen uns bloß beeilen, weil sonst... Pop-Dog, vor Pop-Dog steht einer. Ja, ich-ich steh noch hinten. Einer ist Mitte direkt close rechts. Vor Pop-Dog. Kann halt nicht raus, ich hab nur ne... ne... äh... ist nicht mehr da sehr schön sehr schön denken ich hab grundlinie ja von ihm den flank ist sofort da oben ja ja da checkt er ab ivy down äh quatsch ivc t war down alles in hand lass den nicht in der waffe kriegen ne gibt dem bloß nicht in der waffe direkt in die fresse wir spielen jetzt genauso wie vorhin also pop dog jeweils einer und drei durch die mitte durch ich geh wieder pop dog ich geh ivy bin der ivy boss äh connector awp ihr müsst schneller durch weil meine flash fadet dann rechts von der war auf dem zug drauf auf dem zug drauf warte ganz oben wenigstens beim pop dog abgesmockt der down ja eine eine warte rechts steht noch close rauskommst rechts direkt holt die empfehler warte warte ich bin so ein krüppel ich laufe richtig um b was ich geb schön ist ein iphone jetzt das habe ich geschenkt bekommen was war aber was nee das ist nicht dein ernst das ist nicht dein ernst was das ist nicht dein ernst ey warte mal was hat denn hatte in kevlar aus titan gehabt oder was war das oh mein gott ich kurz ja mal ehrlich das war doch echt komisch als da ich kann legen was zum geiler alter ja geil alter wir haben es auf jeden fall drauf hat jetzt nur 20 sekunden bbb boss bb ich smoke raus warte mal einfach mal warten jetzt am besten keine steps machen bis deren smogs auslaufen gut dass ich schon gesmogt habe dann denken sie sind fake profi hier ist zoomt einer ja ich kann drauf sind wir ready komm mal her einer steht lang warte warte von oben auf dem zug oben drauf keine rauskommst direkt oben hat die kurser hat ihn lassen gehen was 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 machen lang durchgehen boys hier geht durch lang durch ah man ja das hab ich nicht gesehen ihr braucht zu lange auf nein das ist AWP lang man wir können euch einfach drücken ich wollte ganz sagen wir zahlen wir in die AWP durchlautschen die smogs da ab und gehst durch ja ich hab keinen smog mehr gehabt hüpp der nicht töten das macht einer halt das darf nicht so passieren wenn der lang nicht durchgeht haben wir keine chance echo ne wir haben das icon klick mal tags einer ich kann nur sie verlegen da eins zwei ich kaufe selber denn für ivy spielen einfach alle ivy durch dann über ct auf b gut da ich nur mit Glock hab umdrehen leute wird gleich flashen bis morgen ich geh durch ah da steht einer hin der schön durch über ct alter da zieht der mich mit der p90 weg äh er ist einer hier schon closed down fck so sind ja auch ich nicht ein kein hint geben er ist hinterm hinterm bomb train auf A geht geht connector rein geht connector rein nein fck der kommt drauf densen der kommt connector densen da hat er mich gesehen ich glaub nicht hat er kannst du auch nochmal gehen einer wird closed connector irgendwo stehen schade warum drückt der nicht eher ab äh warte gute runde dem geht densen kauft keinen keffler der wöse cruiser cruiser kannst du kannst du mir eine AWP geben hast genau gesehen wenn du eine AK gehen kannst geh mal ganz kurz ivy in komm nochmal langsam spielen ab fronteck densen bist du ivy? na ich geh ivy ich geh mal mit da hinten ist die bombe ne ja ja ich guck hier von oben warte mal was du hast dich vor mich gestellt der hat uns beide gekillt damit what the fack sorry als ich gehookt hatte hast du noch woanders gestanden ja ich hab den durchspringen sehen und dabei hab ich halt den im moment ja bist du popdog unten? ja ne ich bin unten drin schon ich denke ich werde auf B spielen ivy down rechts von dir unter AWP denn sind irgendwo auf alter das der nicht im kopf geht und popdog wiederum einer push von hinten oder? ja einer kommt hinten einer von hinten der kommt der der kommt der hinten könnt ihr FB kommen? ne nur getrapped wie offen geplantet up and down alter get right 14 AP kommt Rampe runter als letzte Rampe und 14 AP naja schön dansen schön schöne Runde boys ja haben wir gut gemacht oder? ich weiß gar nicht die hat mich so aggressiv alter gegen 5 haben wir die genutzt die boys lass lass einfach up-damen ja oder dansen ja dansen oder lass up-damen ne also die werden Eko haben let's go let's go fuck der ich hätte mir ne Mac 10 holen können shit ich hab nur ne Mac bei ne Tech also es muss nicht Eko sein aber es kann sehr wahrscheinlich letztens war es auch keine Eko wir sind zu dritt Ivy ne letztes Mal war die Eko bis jetzt lag ich nicht falsch mhm boah wer lockt mich hier oh der kommt der kommt oh meine Maus gegen meine Tastatur gedrückt und geschossen hat ich hör die Leute hier laufen alter so die sind auf dem Zug oben einer hat Ivy grad gepiekt na Ivy rechts und links dann komm zurück du hast die Bombe alter der push, der pushdings durch mann Eich Heih ehh ey was ist das für ein Time Lack man aggressiv einmal weg alter und dann kommt der direkt daraus gepusht ähh Ich dacht schon, ich dacht schon du hast mir gegeben. Ne ne ne. Hätt ich richtig Baby Rage jetzt gemacht. Alter. Stechen, komm. Er hat nur schon davor. Ich geh jetzt auf B und guck mal ob ich da noch einen kriege. Komm, zeig dich nochmal. Der Connector ist einer. Was war dumm von ihm? Du hast die Bombe dansen, ne? 15 Sekunden, du musst durchrennen. Du musst durchrennen. Oh Gott. Grund, die nehmen. Sehr schön. Ja, gut Job Chantau, ne? Alter, das Ding ist halt, ich hab dich nicht mal gesehen. Du standest schon wieder hinter mir, oder was? Ja, ne. Doch. Nein, hab ich nicht. Doch, schon bist du. Äh, die haben, jetzt haben wir auf jeden Fall Ico, die haben gerade geforst. Äh, lass zusammen bleiben. Denz, kannst du den AK geben? Ja. Links mehr. Zusammen für B spielen. Ich mach mal Lurker von A. Ich geh, ich geh lang. Du bist dick zu wollen. Jetzt muss ichQué Cut habe mit dir. Drei Leute, die können nicht alle Ivy gegendoo Ont. deine mom die brüste ich hab von hinten flack ich check hinten ich check in warte ich flash nochmal ich flash macht gut ihr seid gegen drei ja du gehst halt unten unten zwei leute du gehst halt was ist denn das für eine flash gewesen na alter du bist halt aber und einer aufzug 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 über euch und von hinten kam auch das ist ja anstatt mal schnell spielen warte ich flash ich flash ich flash ja jetzt wieder meine flash plus weil du es nicht abschätzen kannst man die pop du lappen ja keine ahnung wie ich weiß nicht wie du die wirfst irgendwie ist das ganz schön salzig hier heute ich weiß auch nicht das ist franty benta franty benta achso weißt du wenn ich noch wende alles auf kontakt spielen funktioniert am besten gerade kontakt spielen das war echt schmerzhaft das schieße ich halt den in den kopf alter ich bin fast tot ich werd hier gebombt ey weiter rechts weiter rechts warte ich lehnen voll rechts mitte klar auf einer aimt auf popdog der hat sehr sehr viel kassiert einer ist popdog drin popdog einer drin einer pusht woher weiß der das alter ich bin die ganze zeit geschlichen alter ruhe ruhe 90 und 4 popdog den report ich alter ruhe einer zählt dir der neck rest ist komisch ohne scheiß ich bin die ganze zeit geschlichen am ct und der weiß genau dass ich da bin wahrscheinlich weil sie den rest ausgeschlossen haben alter ich geb dem square mx 90 in 4 alter der bewegt sich kein stück eben nur ab aber auch noch eine runde train oder was alter ist ohne witz er hält dir auf jeden fall nicht bock drauf der letzte mal da hinten durch der letzte mal da hinten durch der letzte mal hinter dir ab 1 lass auf a gehen einer war b lang ich bin connector ich geh da durch ich hab mal ein oh gott da ist einer er hat 5 cd kassiert im connector wie hast du geplantet äh vor dem zug einfach der geht ct weg ich ct wird er kommen das war er nicht alter fuck der kommt connector fuck man der ist connector der ist zurückgegangen der kommt eventuell nicht 5 cd matta also pissen und rums ach dammit alter oder unser rettbar vorauf mit seiner äh mit seiner hey ct steht da hey terrorist win was zum teufel alter er sieht mich halt eher als ich ihn sehe ne ich kann einmal legen äh ich hab auch geld was ist aber normal unentschieden oder was ist aber normal einshaft wir haben eigentlich kein geld haben oder ich rennen durch hinten ja die haben glaube ich nicht viel geld ne eine waffe haben sie auf alle fälle ja einer ja wahrscheinlich zwei dann bin da schon egal alter warte 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 ich bin komplett weiß ich bin komplett weiß der chillt der chillt der kommt noch nicht links dahinter nicht gebeten den rein lecker juli lasse und der hat 60 60 hit hat der fack man Popdog, fuck, 50 Popdog, komm Lansen, show me your skill, alter, einer war noch, genau, einer war noch, ach schade man, ach schade ey, alter dieser Negrist war so gut ey, alter Glückwunsch, ey, boah lol, boah lol ey, oh, feels Batman, feels fucking Batman, was sind die für ne Elo, oh der eine war Adler, so gut, gut Leute, dann war's dafür, haut rein, bis beim nächsten Mal, hallo, tschüss.